Ich möchte euch ein paar Dinge fragen, die mich beschäftigen. Oft gerate ich in Panik, wenn ich dran denke, welche Richtung mein Leben nimmt. Sehe ich richtig aus? Verdiene ich genug Geld? Bin ich glücklich? Ich kann nicht anders, als mir ständig Sorgen zu machen. Was wäre, wenn ich alles verliere, was mir lieb ist? Und wie kann ich mich daran erinnern, dass dies mein Leben ist? Mein einziges. Ich will dir helfen. Kann ich dir helfen? Wenn ich nach Hause bin, dann habe ich nichts mehr zu tun. Wenn ich so mache, dann würde ich mich nicht mehr so machen. Ich bin Geisha. Du bist Geisha? Ich bin Geisha. Der letzte ist hier. Du bist so elegant. Du bist ein Elefant. Das Ding ist mit einem Gehirn. Du trägst ein Gehirn auf deinem Back. Einmal einen. Das Ding ist mit einem Gehirn. Du trägt ein Gehirn. Das Ding ist mit einem Gehirn. Du trägt.